Deutsch machen wir die! Na logisch! So eine Crime damit du auch ne Chance kriegst Ach hör doch auf! Schade dass ich das äh ich weiß nicht wie viel ich verpasst davon habe Ich glaube ich 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 spiel jetzt mal wieder mit Maus Ich weiß die ganze Zeit nur mit Tastatur spielen ist ja auch ein bisschen armselig Ja ich nehme jetzt auch mal die zweite Hand wieder Ja Nur mit Maus an einer Stelle Das habe ich am Anfang gemacht eben bei diesem Dark Match und hab sieben Kills gemacht Ja die rennen an mir auch immer rein ne? Ja Idioten ne? Dann musst du albern Was war denn das? Linkgewehr ey, geh zurück zu Legend of Zelda Linkgewehr Ich kenn deinen Laufweg Ah Mistkerl Ich wird aber anders gelaufen eigentlich diesmal Er kennt meine einzige Schwachstelle, Kugeln, verdammt Ich bin meine einzige Schwachstelle Weißt du denn, du Schwachkopf, weißt du denn nicht was meine einzige Schwachstelle ist? Gar keine! Blutrausch Ah stirb! Stirb! Ich will den Scheiß nicht in meinen Haaren Ich will den Scheiß nicht in meinen Haaren Nimm ihn an Schöne Gesichtsbesame Porteinen Porteine sind gut Allerdings mein Laufweg ist jetzt sowieso eigenartig Weil ich ähm Nicht WSRV spielen kann Weil in einer halt habe ich die Kippe Spielst du jetzt wieder mit Maus oder? Also Maus und Tastatur oder was? Ja Du wechselst jetzt aber auch in einer Tour Ja Abwechslung War schön, dass das so ohne weiteres geht Double Kill Ich muss nur auspassen, mein Tourfest klemmt manchmal Und dann eben bin ich auch von alleine geradeaus gelaufen So, hä, was ist jetzt los? Vielleicht spiele ich deswegen mit dem Tourfest so gut, tschüss! Ciao! Oh, ciao! Weil ich ähm Weil er dann automatisch lasst Was war denn das? Was fährst du denn da hoch für den Teil? Ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass ich dich runtergefahren habe Das habe ich auch mal, finde ich mal runter wollte dieses Nightmare The Nightmare beginnt Ich will den Scheiß nicht in meinen Haaren Hier, mein, äh, äh, I don't like this and I don't like this Und I don't like this Yes Da hat einer von deinen Kollegen gerade den Redeemer geholt und ich habe ihn getötet Dafür müsste ich mal wieder wissen, wo der Scheiß ist Das geht mir eigentlich so am meisten auf den Sack, dass ich immer nicht weiß, wo die ganzen Sachen sind Weil ich die ganzen Maps nicht kenne Ja gut, das ist ja je nachdem, welche Waffe ich da austausche, deswegen weiß ich da da nicht Ich verliere zu viel Zeit, wenn ich grüßen zum Spiel, wenn ich sterbe Was ist das denn hier, hier werden Androiden zusammengebaut, ist ja geil Im ersten Forschungsgebäude, bla 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 Ja, ist cool gemacht, also die Maps sind echt schön Ja Aber ich hätte mir mehr Klassiker gewünscht Ja, da gibt es bestimmt welche zum runterladen Ich habe ja einige nur, äh, die habe ich ja jetzt nicht reingemacht, glaubt Weil, weil wegen Download, ne? Ich höre dich doch schon wieder Ich weiß doch, welche Waffe du gerne benutzt Äh, wo bin ich? Was soll das hier? Hallo? Warum muss ich mich umbringen? Ist still egal Ich habe zu viel Zeit verloren Nee, nee Nur ich kenne gar nicht alle Tasken, gell, auf der Tastatur So, das heißt, mit einem anderen Spielmodis bin ich verloren Du brauchst doch nur WASDE, um irgendwas zu aktivieren und das war's Ah Ja, siehst du eh, nicht mal das wusste ich Na eh, um in Fahrzeuge einzusteigen Stimmt, das zeigt ihr ja auch an Ja, mehr aber auch nicht, glaub ich Multi-Kill Angebote gelten für alle unsere Models Ah, jetzt besser Real doll 50% off Ach, du warst das Nein, diesmal hast du dich aber nicht bewegt, diesmal bist du nur geradeausgelaufen Ja, ich dachte, der erste Schuss reicht Dadurch hast du mich irritiert und ich dachte, du wärst ein Board Ne, ich dachte, der erste Schuss reicht Falsch, jeder Ah, kacke Ich muss wieder mein Mousepad rauskramen, glaube ich Oh, cool, das bringt ja gar nichts hier, Scheiße Ah, ich hab mich wieder selbst getötet Hier, der Typ hat die Darkness an sich Wir müssen dem Darkness-Typ hinterherlaufen Ja, verlierst du ja immer einen Punkt, ne, wenn du dich selbst entlängst Außer sehen Aber das ist genau das gleiche Blut wie bei Gears of War Ja, gut, Unreal Engine, ne Ja, sieht immer gleich aus Ja, die ist schwer, äh, bei Borderlands zum Beispiel gut Durch den Comics gehört, ne Ja Aber ich fand das Blut bei Gears of War auf der einen Seite ganz cool Ähm, auf der anderen Seite sah es mir aber zu unrealistisch aus Es sieht so aus wie Rotwein Ja, bei Unreal passt das, ne Kann man machen, ja Hol den Redeemer Hol den Redeemer, wo ist denn der Redeemer? Ah, ne, 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 ne Zwei Da hat denn schon wieder einer abgeschissen Aber wo, Mann, wie kommt man denn da hin? Hast du dir so gedacht, Freundchen? Ja, da bist du leider auch präsentiert halt da unten, ne Das selbe Team Ist nicht intim genug Oh, aber es gegenseitig Sehr schön Da hat Double Kill sogar bei mir richtig gut gepasst Bei mir auch Ah, sehr gut Ich bin gestorben Ich will den letzten Kill, ich will den letzten Kill, wo ist er? Hey, ich seh gar keine Gegner Aber ich hab noch vorher ein Multicill gemacht, da Jetzt darfst du Danke Oh, da kam direkt eine Rakete Ich glaub, mal Glück gehabt, da Diese ganzen Brocken da Das geht doch gar nicht Wer macht denn sowas? Ekelreden Was hab ich denn? Ich hab auch einen Kommentar gekriegt Und zwar zu DayZ-Tagebuch Elf Also beim Leute abknallen Zögert er nicht lange Ey, das ist die erste Staffel Ich find's immer geil, wenn Leute noch zu alten Staffeln was schreiben Und sagen, mach das mal so und so Aber dabei ist die Staffel schon ein Jahr alt Hihihi, ja Oder sie geben Sie geben dir auf eins deiner ersten Videos Von deinem Let's Play Kanal Irgendwelche Tipps Obwohl dein Kanal jetzt schon 400, 500 Videos hat Ja, ja, genau Das find ich immer super So, jetzt Das Das